willkommen zurück bei meiner papyrus rätselreihe in assassin's creed origins folge nummer zwölf heute geht es um das papyrus brennender busch ich bin hier in memphis im nördlichen teil und zwar gibt es hier den ort oder den das gebäude den tempel verud und da wenn wir jetzt reingehen dann hier wirst du das papyrus finden also einfach rein laufen dann hier möglichst links halten hier gehen wir rechts dann wieder links und hier hinten ist ein tisch und hier wird das papyrus drauf liegen schauen wir auch gleich mal was da in dem papyrus drin steht brennender busch wenn du zum anderen ufer des nils im nomus inep heddy j gehst findest du ein gipfel mit einem großartigen ausblick auf den fluss sieh dich um dann komm und finde mich ich verstecke mich unter dem einzigen baum in der umgebung gut dann suchen wir das mal okay dann gucken wir doch gleich mal auf der karte wo das sein könnte und zwar am anderen ufer des nils das heißt denn wohl hier drüben und ja hier sind wir auch schon hier gibt es eigentlich nur den einen großen gipfel und ja was hier ganz praktisch ist hier hat schon mal wieder irgendeiner ein screenshot gemacht oder ein foto das können wir uns auch mal angucken und die können sehen er guckt richtung süden und hier ist tatsächlich auch der baum zu sehen ich denke mal derjenige der das hier gemacht hat wollte uns damit den praktischen hinweis geben wo wir hier hin müssen und das wird dann wahrscheinlich irgendwo hier sein weiß ich nicht so genau aber das werde ich jetzt gleich mal rausfinden und dann zeige ich dir das auf der karte wenn ich da bin so ich bin jetzt ja auch schon auf dem weg zur überfahrt auf die andere seite wenn du übrigens mehr rätsel sehen möchtest und die lösungen dazu dann schau doch mal rechts oben in meine playlist da wirst du die weiteren papyrus rätsel finden ja und ich denke mal den screenshot da oben oder das foto von der bergspitze da oben hätten wir gar nicht gebraucht denn was man hier schon sehen kann ist ich falls einfach nur rüber auf die andere seite ich zeig dir das nochmal auf der karte einfach hier den schnellreise punkt nutzen und die rausfahren und dann ist man schon fast hier drüben und ich sehe sonst auch weiter kein baum also da wird es auf jeden fall irgendwie sein da unten an dem baum scheint auch irgendein busch zu sein oder so und ich denke mal da werden wir das gleich finden so da sind wir auch schon da dann schauen wir mal tatsächlich und hier ist es auch und da haben wir es auch schon ja wenn dir das gefallen hat drücke gerne auf like oder abonnier den kanal und schau gerne auch in die playlist für weitere rätsellösungen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten folge also bis dann und machs gut